hallo hier ist der martin von money monkey ist das die ganze analyse für nun donnerstag den 17.11.2022 haben den letzten handelstag an dem hinsichtlich verfall noch mal ein bisschen was gedreht werden kann ich glaube wir brauchen langsam mal hier ein profi rodeo oder ein profi cowboy der uns das viel zu boten bringt der wehrt sich hier wie die sau der will einfach nicht runter die dritte rote tageskerze in folge die tageskerze werden immer also immer größer vom kerzenkörper umfang das heißt vor vor gestern die rote vorgestern die größere rote jetzt die ganz große rote aber was einfach mal fehlt dass man ein bisschen von der stelle zu kommen also das hat er auch so nicht hingekriegt wir haben sich wir haben zum mittwoch jetzt wie soll man es bezeichnen keine lust ich weiß nicht keine lust hat er gehabt es sieht schon fast aus wie ein diamant tier vom technischen muster her vom technischen pattern können immer googeln diamant pattern technik könnte eins wären doch könnte sogar noch mal einen kleinen stich nach oben vertragen damit es ein bisschen förmiger aussieht und löst meist sehr dynamisch muss nicht zwangsweise nach unten sein kann auch nach oben sein löst aber die definitiv dynamisch das spielt ein bisschen die frage rein die heute auch per chat kam ich glaube das habe ich auch gestern schon im video gesagt rechnest du denn immer noch damit dass die 14 100 der dann direkt nach oben reagieren glaube ich nicht also ich glaube schon dass wir fast durch die 14 100 dann jetzt wenn er den unten raus macht direkt durchschlagen oder wenn er oben raus macht dann rennt er bis 600 am stück also der hat sich jetzt hier das haben wir jetzt dann eigentlich so auch gesagt nicht die die korrektur ist so gesehen vollständig also sie würde vollkommen reichen um einen neuen trend abschnitt auch nach oben hin zu rechtfertigen das heißt wenn er wirklich dann dynamik reinkriegt die hat er halt zum mittwoch einfach nicht gefunden halt dann kriegt er die aber jetzt zum donnerstag rein kann er theoretisch echt um raus von und donnerstage im dax muss man halt auch immer ein bisschen aufpassen also auch wirklich aufpassen die haben es oft in sich weil die richtige finden schlagen können ja der rente in eine richtung wie ein bekloppte los dann kommt da meinetwegen nach oben dann kommt eine rote stundenkerze und boof rennt er noch komplett unten durch macht neues tagestief haut und noch mal die gleiche strecke nach unten setzt und eine grüne stundenkerze und rennt wieder in die mitte zurück also so was haben wir auch an donnerstagen schon sehr sehr oft gesehen deswegen würde ich einfach als empfehlung hier mit geben zum donnerstag echt ein bisschen den stundenchart dann im blick zu behalten damit man dem nicht auf dem leim geht und wer dann short ist weil der markt schwach sich zeichnet und er fängt unten an grüne kerzen zu spucken dann halt auch wirklich vielleicht auch erst mal realisieren rausnehmen gucken wie weit kommt er zurück und gegeben falls dann bei neu einsetzen roten kerzen wieder wieder aufsteigen auf das viel aber da wirklich ein bisschen aufpassen der ist noch in einer entscheidung sondern die ist wirklich wichtig also mir ist die sehr sehr wichtig wir auch auch die tagesschlusskurs die werden nicht umsonst immer auf die niveaus runtergepresst wir haben uns das im webinar angeguckt am wochenende warum das auf der stelle ich hier sehr wichtig ist aus übergeordneter betrachtung und es ist halt aus dem bereich kann sich halt wirklich gut strecke lösen und mit gut strecke meine ich eben auch nicht nur hoch auf die 14 800 14 600 sondern kann auch durchaus mehr kommen und unten entsprechend auch ja das ist das ist ein bisschen langsam wie hier unten könnt ihr euch darauf erinnern daran erinnern da haben wir auch gesagt eine bärische verkeilung trifft auf mögliche keil auf beschleunigung trend beschleunigung möglich ich weiß viele verstehen das nicht wenn ich da stehe jetzt kann nach oben die namen kommen es kann nach unten die namen kommen aber das ist auch der erste tag wo wir das sagen und das sehen die leute eben nicht die die sehen ich dass wir die ganzen letzten tage gesagt haben ja vielleicht müssen seitwärts der seite rumkleckern er müsste halt da drunter fallen wenn nicht ist nur in der range geblieben so und jetzt stellen wir uns hin und sagen okay bei den einsetzen der dynamik mit aufpassen er kann richtig rausplauzen egal ob das oben oder unten passiert auch durch das diamantmuster also das ist jetzt ähnliche situation wie hier ja kann durchaus sein der kippt die kerze einmal nach unten wieder komplett nach unten um sowas ist möglich oder er setzt einfach noch so ein ding nach oben raus nicht so wie das 14 30 war verteilt auf mehrere stunden das wird nicht so schnell sein wie hier an dem einen tag wurde so rausgeknallt ist dass das kriegt ja so nicht noch mal repliziert aber in der ausprägung von den punkten her wäre das durchaus denkbar ja dass wir noch so ein platzchen kriegen also da würde ich wirklich aufpassen wenn die namen aufkommt dass man halt auch wirklich ein bisschen auf stunden ebne das im blick behält damit man den donnerstag nicht auf den leim geht weil wie gesagt donnerstage auf den dax und eben auch noch vorm großen vorm große verfallsag schon vom kleinen november verfall hätte definitiv potenzial hier ein bisschen einfach für rahl bereits zu sorgen ich würde denken wenn wir unten raus gehen schlag motiv verschlagen auch unter die 14 14.000 runde einmal auf die keillinie von dort könnte ich mir zum beispiel vorstellen dass er sich stabilisiert stabilisiert er sich aber dort nicht dann geht er halt auch die 13 700 und dann ist die katze wirklich ausgekickt hier dann macht er hier den diamant fertig haut hier die 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 komplett runter 3 700 setzen grüne stunden kerze und kommt wieder nach oben auch eine idee also auch ein typisches szenario so jetzt sitzen wieder welche da sagen sich was soll ich denn damit das anfangen soll ich jetzt da unten raus gehen soll ich nicht raus gehen wie tradet man dann sowas man könnte zum beispiel das so traden dass man sagt okay man geht einfach short und wartet einfach bis die grüne kerze kommt einfach man weiß ja nicht kommt sie bei 13 also kommt sie kurz unter der 14.000 kommt sie bei 13 700 ja dann könnte man hier jeweils ein teilverkauf machen hier unten ganz raus gehen wenn er denn wirklich unten raus gibt ja und sich so die bis die punkte einfach vorhalten oder dann hier unten eben auf einen long warten wenn man sagt ne short will man nicht kann ja auch nach oben gehen so könnte man short-szenarien bedienen wie würde ich umgehen wenn ich wenn er wenn er aber gar nicht die unten herum fuchtet er muss ja mal mindestens unter 14.200 um da überhaupt irgendwas einzuleiten sehen wir den am donnerstag gar nicht unter 14.200 brauchen man gar nicht zu viel von dass sie auf der short seite erstmal entfalten weil er dann wahrscheinlich oder die wahrscheinlichkeit erhöht und dass er eben noch so einen schlag oben rauskriegt wie gesagt so ein kleiner stich nach oben wäre noch erlaubt in die 333 noch mal rein dann und raus aber so alles was drüber geht und auch was über 370 390 geht wird ich ganz schön sagen ist dann akut gefährdet raus zu platzen das heißt wer nicht möchte dass er so was noch mal gegen zu sich kriegt sollte darüber vorsichtig sein gegen grüne kerzen gegen zu shorten ja das hilft ungemein und schwuppdiwupp sitzt man erstmal nicht mit einem trade direkt im minus wenn man nicht gegen grüne kerzen mehr ankämpft das ist wie donkey shot der dagegen die windmühlen kämpft das sind einfach wer das ist halt grundwissen eigentlich trading grundwissen muss ich ja nicht erzählen das sollte jeder wissen aber man sieht ja einfach oft genug dass die leute trotzdem wieder falsch machen so also über 390 über 380 würde ich einfach da vorsichtig sein weil sich erneut über treibungsfälle nach oben auch lösen können in die 14 600 rein oder sogar die 14 800 das ist erreichbar donnerstag am donnerstag auch ist beides erreichbar ja sollte man ein bisschen vor augen halten vielleicht wird es gar nicht so schlimm vielleicht einfach weiter in den in dem in dem tag drin herum aber ich wäre unter 14 200 einfach vorsichtig weiß nach unten platzen kann und über 93 drüber sehen wir weder über 93 noch unter 200 ja dann füße auf dem tisch und irgendwas anderes machen sich mit anderen sachen beschäftigen den tag genießen das schöne hässliche wetter in deutschland oder oder keine ahnung irgendwelchen papierkram erledigen war der hauptsächlichen berufstätigkeit nachgehen die ja viele noch nebenher haben das ist ja auch gang und gäbe das trading plus zu brot sein soll ist auch vollkommen okay und vollkommen legitim und funktioniert tatsächlich so auch besser das glauben immer viele nicht die denken immer wenn sie bürojob noch nebenher haben und termine haben haben sie über das gefühl sie haben und die besten momente verpassen dabei es ist ganz im gegenteil der fall ganz 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 viele scheitern immer direkt in dem moment wo sie dann in den ferien oder im urlaub mal nur traden das ist meistens die schlechten wochen überhaupt weil sie dann eben den ganzen tag vom bildschirm sitzen und psychisch sich kaputt machen lassen vom markt ganz 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 typisch und deswegen ist es unheimlich wertvoll wenn man sich einfach in situation wo der markt nichts hergibt mit etwas anderem beschäftigen kann und wenn ein natürlich ein arbeitgeber dann dazu zwingt nicht den ganzen tag zu traden sondern auch mal das zu machen wofür man monatlich geld kriegt einem kann das eine große hilfe sein die man nicht unterschätzen soll dass das das verkennen ganz 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 viele die sehen immer plus a da habe ich was verpasst habe ich meinen ausstieg verpasst aber sie sehen sie wertschätzen nicht die momente wo der ein stunden der zwei stunden termin und sie kommen wieder und plötzlich ist der trade 150 punkte im plus und nicht bloß 30 die sie eigentlich haben wollten das verkennen die dann das ist so ein bisschen selektive wahrnehmung aber ist ganz anderes thema gehört auch hier eigentlich gar nicht rein ich weiß gar nicht wie ich jetzt darauf gekommen bin ich wollte euch nur sagen rechte platte müssen die namen kann bisschen rubika donnerstag werden er sollte man ein bisschen aufpassen und ja sonst habe ich eigentlich nichts hinzuzufügen außer dass wir wahrscheinlich tatsächlich noch mal ein seminar kriegen in magdeburg ich plane im februar wir sind unerwarteter weise jetzt doch noch ein bisschen in deutschland oder länger gewesen in deutschland als ich das eigentlich ursprünglich gedacht hatte und von daher würde sich das durchaus noch mal anbieten ich weiß wir hatten immer gesagt wir machen das erst mal nicht mehr meine planung war dahingehend ein bisschen anders das hat sich nun aber geändert und wir sind auf jeden fall noch bis märz sitzt da und da können wir das vielleicht noch mal verbinden aber kriegt ja noch mal eine info die nächsten tage wenn ich mal zu kommen das fertig zu machen hier lassen wir es jetzt mal dabei wie gesagt ihr kennt die marken erkennt die bereiche macht was draus aber bitte mit verstand ja ich wünsche euch das morgen tschüss